In Hildbolstein, genau vor meiner Kamera, der kennt da keine Gnade, ihn wegwerfen, weil nur dieser Herr aus Hildbolstein zum Vizemeister vor zwei Tagen. Important, alle anderen Fotografen, ob das Eric Thomas ist oder sonst jemand. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020